So, da bin ich wieder. Mir ist das Spiel abgestürzt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es in der Aufnahme aussieht, weil mir vorhin hing einfach nur das Spiel gerade, also, beziehungsweise das Spiel stehen geblieben. Ich konnte aber die Kamera noch so bewegen, nur war ich eingefroren, meine Leute waren eingefroren, alle Gegner waren eingefroren. War ein bisschen merkwürdig, aber gut, was soll's. Jetzt wissen wir auch, was auf uns zukommt und ich habe kein Vergnügen dabei. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, dann lassen wir mal die ersten Gegner angeschüttet kommen. So, einfach mal draufhalten. Jetzt erstmal so. Und sobald der große, dicke Overmots kommt, sollten wir vielleicht mal... Verdammt, jetzt ist mir die Waffe überhitzt, das ist nicht so gut. Eigentlich wollte ich da die Overkill reinschmeißen, aber dann müssen wir eben gerade noch mal warten. Vielleicht bis jetzt so ungefähr. Ist das hier explizit hinter mir her? Das finde ich ja äußerst entzückend. So, einfach mal drauf. Jawohl, dann war's das auch für den. Gut, Garrison Tadi hat's erwischt, das tut mir sehr reit, aber da sind sie ja schon wieder. Ich glaube, das war's schon mit der Mission. Ich glaube, das war der große Overmots, den wir unbedingt töten sollten. Wollen wir mal weg hier. Und damit sollte die Brut aufgehalten worden sein, würde ich denken. Ich weiß es natürlich nicht so genau, aber ich glaube schon, dass es das jetzt war. Drüben haben wir noch einen Raum nebenan. Ich glaube, in dem haben wir vorhin noch nicht, bevor mir das Spiel abgeschmiert ist. Ansonsten alles, was hier jetzt in dem Raum war, habe ich soweit bekämpft und eingesammelt. Alles, was es gab. Mensch, was ich hier gerade an Medi-Gelfe brauche. Wahnsinn. Ich habe hier bloß schon mal die Tür geöffnet, aber weiter bin ich noch nicht gegangen. Was ist hier unten? Oh nee, hier unten ist die Zielmarkierung. Das finde ich gar nicht gut. Das heißt, hier könnte doch mal so ein Vieh kommen. Oha. Bitte sagt mir nicht, dass hier noch so einer ist. Ich fand die nicht so cool. Kommt hier wer? Ja. Und mein Kleinen, zeigt euch. So, ganz gediegen aus der Ferne draufhalten. Da werfen wir mal ein Medi-Gelfe inzwischen. Oha, da kommt tatsächlich noch so einer. Ich werde verrückt. So, wie machen wir das denn? Die Sabotage bringt mir, glaube ich, gar nichts hier. Sag mal noch, Dämpfung bringt mir auch nichts. Dann machst du mal ein Schild rein. Und du, Schilde haben die nicht. Sabotage bringt nichts. Dämpfung. Ja, da habe ich jetzt natürlich gerade die Falschen dabei, um gegen Rachni zu kämpfen. Aber mit etwas Dauerfeuer sollte das doch hinhauen. Jawohl. Gemäß einigen Aufzeichnungen der Rachni-Kriege kämpfen die Brutkrieger die männlichen Rachni nur, wenn eines ihrer Neste angegriffen wird. Sie haben die Rachni auf Nepmos ohne Zweifel eliminiert. Das ist gut zu wissen. Die Frage ist natürlich, hatten die jetzt was mit unserer Rachni-Königin zu tun, die wir da befreit haben? Das wäre nicht so schön. Ist aber durchaus im Bereich des Möglichen. Man weiß es nicht so genau. Ich muss unbedingt später mal schauen, ob wir wieder ein bisschen Waffen auswechseln können hier. So, und ich brauche auf jeden Fall mein Medigale. Das können wir dann vielleicht mal auf der Normalee mit nachladen. Muss ich mal schauen. Soweit aber erstmal von hier. Wir sehen uns dann am Hochposten wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder am Hochposten. Hier steht noch alles wie vorher. Die Leute, die sind immer noch in der Namenbereitschaft. Aber es wird keiner mehr kommen. Wir können unsere Waffe auch wegstecken. So, äh, ich kann fliegen. Ich bin der Messias. Unglaublich. Gareth auch. Gareth ist auch ein Messias. Können wir auch wieder runterkommen? Ähm, hallo? Runter? Vielleicht? Ich denke schon wieder fest. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt. Ha. Interessant. War eine spannende Erfahrung mal zu fliegen. Irgendwie. Ich weiß nicht, warum das Spiel, wenn ich jetzt hier auf dem PC spiele, so buggy ist. Keine Ahnung. Dann, naja gut, reden wir mit Joram. Sie sind ein verdammt guter Soldat. Ist das alles? Wir sind okay, Commander. Sonst nix? Sie sind ein verdammt guter Soldat. Ja, das weiß ich doch. Okay, äh, Auftrag ist auch weg aus unserem Questlog. Dann, gut, war das ziemlich sinnlos hier. Auch in dem Weltraum. Und wir sind im Nachbarsystem Acheron. Und dort haben wir in einem Asteroidengürtel etwas gefunden. Nämlich thorianische Insignien auf einem kohlehaltigen Asteroiden. Beim Scan eines Asteroidenfeldes im Acheron-System haben sie Spuren eines Kampfes gefunden. Ein kleines Aufklärungs- und Bergungsteam unter der Leitung von Navigator Presley konnte feststellen, dass viele der Schiffe die Signien der Epirus-Kolonie tragen. Wunderbar. So. Und da hier wahrscheinlich Großalgen, ah ja, da ist hier wahrscheinlich nichts Besonderes. Es gibt nur noch ein Leichtmetallverkommen und auf dem Äußeren wahrscheinlich gar nichts, nehme ich mal an. Landen wir doch direkt mal auf dem Planeten hier im Inneren. Alter, hey, denn der ist landbar. So. Schauen wir mal, was es da gibt. Und das, was wir auf dem Planeten finden, das ist ein weiterer Hurchkosten, der von Drachen befallen zu sein scheint, wie es aussieht. Schauen wir mal, irgendwelche Gegner werden markiert. Ja, es sind Drachen. Die scheinen sich hier im ganzen Cluster breit gemacht zu haben. Gut, ist ja auch nicht weiter ungewöhnlich. Ich glaube aber ehrlich gesagt, das sind nicht... Oh ja. Das sind nicht die Nachkommen unserer neuen Königin, sondern ich glaube bald, das wird wohl ein altes Schlachtfeld der Rachni-Klüge sein hier. Das... Oh, können wir die Dinger wegsprengen? Ne, doch nicht. Ich dachte gerade bloß. Das einfach noch ein paar Überbleibsel hat, die sich versteckt haben wahrscheinlich. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Rachni wirklich vollkommen ausgelischt wurden. Und dass das die Feinde der Rachni-Klüge irgendwie geschafft haben. Sondern da wird es schon noch das ein oder andere Exemplar geben, diese Art von früher. Und die sind dann eben einfach noch hier übergeblieben. Denke ich mal so zumindest. So, zwei zum Kreis von einem. Und den letzten holen wir uns so. So, da haben wir zwei Sachen hier. Ich gucke erst mal schnell hier drüben nach, bei dem Fragezeichen, was das ist. Denn hier haben wir ja eine Ruine, in die wir reingehen können, wie mir scheint. So, und hier drüben haben wir... Ich glaube, das hier ist... Nein, das ist ja doch nicht so hochkosten. Okay, ich denke mal aus. Wir schauen, eine Asari-Kapsel. Das klingt, als ob wir gleich ein Artefakt von der Matriarchin kriegen. Genau, Matriarchin-Schriften gefunden. Im Laderaum dieses abgestürzten Satelliten haben sie eine der Schriften der Matriarchin-Dilinaga gefunden. Ob dieses Fundstück vor oder nach dem Absturz im Laderaum platziert wurde, lässt sich nicht feststellen. In Ordnung. Damit könnten wir dann mal in die Ruine fixe reinschauen. Und dann haben wir auch das Dix-Tether-Cluster schon wieder abgearbeitet. Mehr ist es nicht. Es sind zwei Systeme. Auf dem einen waren wir gerade mit dem Hurschposten, wo wir die Raphne fertig machen mussten. Und nun sind wir hier bei dem anderen, der ja auch als Hurschposten dekliniert ist. Äh, deklariert. Entschuldigung, nicht dekliniert. Was quatsch ich denn? Ähm, was es hier drin gibt. Können wir allerdings nicht sagen. Tote Menschen, wie mir scheint. Ja, sieht so aus. Ich glaube, hier wird keiner mehr leben. Aber den Waffenspind, ich speichere trotzdem mal lieber bei einem Schweren vorher ab. Den nehmen wir noch mit. So, ganz gemütlich gewartet, bis die Lücke da ist. Und dann haben wir sie auch. Ach, den anderen auch. Das ist schön. Dann nehmen wir den natürlich auch noch gleich. Boah! Ja, schön noch in die kurze Lücke rein da. Ein Traum! So. Die können wir nicht untersuchen. Okay. Schauen wir mal, ob sich hier noch irgendwas ergibt. Nochmal kurz schnell speichern. In Ordnung. Ich dachte es mir fast. Gut, wer hätte irgendwas anderes erwartet? Natürlich gibt es hier nach. Ach, komm schon. Wie viele von den kleinen Kackfischern kommen denn hier? Okay. Die wollen doch gar nicht angreifen, wie mir scheint. Ist mir durchaus recht. Dann machen wir das nämlich so, dass wir einfach aus der Ferne drauf halten. Das passt mir ganz gut. Ich sehe auch niemanden weiter auf dem Radar mehr. Der Widerstand war jetzt doch relativ gering. Oh, ich muss mal kurz pausieren. Bis gleich. So, wieder an Bord. Da hat jemand angerufen. Ich hoffe, die Störsignale sind nur auf meinem Headset gewesen. Äh, nur auf meinen Kopfhörern gewesen. Und nicht in der Aufnahme. Wir werden mal sehen. Ähm. Gut, wir machen dann mal weiter, ne? Schauen wir mal, wohin geht hier. Was habe ich denn da für lustige Handabdrücke bei Garrison Tali eigentlich unten in der Leiste? Was sagen die mir? Ich weiß es nicht. In jedem Falle ist dieser Raum leer. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Unbedingt muss ich mal so zugeben. Was ist das denn? Ich will es gar nicht wissen. Ich glaube, ich zerschieße die mal einfach prophylaktisch schon mal. Denn ich glaube, die wollen hier ein neues Gelege aufbauen, die Rachnik. Kann das sein? So, Kryosprängsatz nehmen wir mit. Einfach mal ganz gründlich hier alles zerballern. So muss das sein. Kommt an, zerballert und geht wieder. Gut. Schnell dechiffriert das Ganze. Vielleicht nochmal. Ich habe immer das Gefühl, die Dechiffrierung sagt nicht unbedingt was über den Inhalt aus. Denn ich hatte jetzt auch schon schwere Dechiffrier-Dinger. Die haben so gut wie nichts Besonderes geliefert. Und leichte, in denen waren da richtig gute Sachen drin. So, da hinten Terminal zum Öffnen. Dann werden wir dann wahrscheinlich erfahren, was hier drin denn los war. So, da ist auch noch eins. Okay. Aber die schon mal beseitigt. Her damit. Sonst scheint hier auch nichts weiter zu sein. Dann gehen wir ins Terminal und hören uns mal die Geschichte an. Offenbar war vor zwei Tagen ein Versorgungsschiff bei Ihnen. Die Rachni müssen Sie danach angegriffen haben. Erzählen Sie mir mehr über das Versorgungsschiff. Dieser Planet soll unbewohnt sein. Die Rachni kam doch nicht aus dem Nichts. Augenblick mal. Diese Dinger sind Drohnen, die in unregelmäßigen Intervallen von verschiedenen Depots kommen. So können sie nicht so leicht abgefangen werden. Ich hab's. Es kam von Argos Roth. Wo immer das ist, so sind dort wahrscheinlich weitere Rachni. Gehen wir der Sache auf den Grund. Ja, Commander. Die außer Kontrolle geratenen Rachni auf Alter Hey scheinen das Resultat einer Lieferung aus Argos Roth zu sein. Mit den vom Frachter heruntergeladenen Logs sollten sie in der Lage sein, den Kurs des Schiffes zu einem seinem Ursprungsort zurückzuverfolgen. Ich weiß nicht, warum Tali gerade schon wieder so abgehackt wurde, aber gut, was ist das? Sechs Punkte? Wie ist das denn passiert? Na gut, hab ich nichts gegen, muss ich mal so sagen. Ich möchte hier mehr draufpacken. Aber unser vorbildlich-Balken, der ist auch langsam am Steigen. Das finde ich schön. Gut, was haben wir denn da? Sturmengroß-Training könnten wir erhöhen. Ich wollte erst mal Soldat vollmachen, glaube ich. Ach, natürlich. Ich hatte ja beim letzten Mal schon einen Aufstieg, glaube ich, mit den hier, als ich noch im Rachni gelege war, auf dem anderen Planeten. Und das habe ich ja dann nicht weiter verfolgt, soweit ich mich erinnern kann. So, und dann gehen wir noch ein bisschen auf die Kampfpanzer rum vielleicht. Machen wir mal ein bisschen defensiv hier. Je länger wir durchhalten, desto besser. Und damit ist das ja auch schon abgearbeitet. Viel war auf Alternative nicht zu holen, aber wir haben ein neues Quest, das uns wieder ins Argos-Roh-Cluster führt. Den nehmen wir ja schon ein paar Mal warm und wo es eigentlich nichts mehr zu tun gab für uns. Mal sehen, ob da ein neues Sternensystem freigeschaltet wurde oder ob die einfach in einem bestehenden Sternensystem oder auf einem Planeten, auf dem wir vielleicht sogar schon waren, ein neues Ziel uns zugeordnet haben. Das kann ja auch sein. So, ihr dürft dann mal weiter vor euch hinverwesen. Mit euch haben wir nichts mehr zu tun. Und damit geht's ab zurück in den Weltraum. Und tatsächlich, es gibt ein neues Sternensystem im Argos-Roh-Cluster namens Gorgon und ich hab gerade schon alle Planeten abgesucht. Hier gibt es wirklich nichts außer dieser nicht identifizierten Raumstation, die hier noch gekennzeichnet ist und das wird dann wohl unser Questort sein. Wir schauen mal rein. Diese Raumstation scheint aus ausgemusterten Ersatzteilen ziviler Schiffsmodule verschiedener Herkunft zusammengesetzt zu sein. Auf der Stationshülle sind keine Kennzeichen erkennbar und die Station sendet kein ID-Signal. Los geht's. Da schauen wir doch gerne mal rein. Nehme ich trotzdem Garrison Tully mit? Hm, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht so richtig, ob ich die beiden mitnehmen soll, aber klar, warum eigentlich nicht. Mit denen hat sie bisher auch ganz gut geklappt. Kann man schon mal probieren. So, Inhalte gespeichert. Wunderbar. Und dann schauen wir mal. Ich hab übrigens festgestellt, glaube ich, dass wenn Inhalte speichert, Inhalte dasteht, dass das in der Aufnahme gar nicht zu sehen ist. Oh, unten. Fünf Rachni. Das sollte zu machen sein. Sondern, dass da einfach nur die Aufnahme anzuhalten scheint. In Wirklichkeit Stehle halt immer da, speichert Aufnahme und deswegen unterbricht das Spiel immer. Ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber gut, was soll's. Die kleinen Biester wieder. Ich hasse sie. Ach, warum nur? Möchte der nicht um die Ecke kommen, der da noch hängt? Ähm, hier ist da noch einer, oder? Ja, natürlich, du kleine Bitch. Hänge ich? Ach, ich hänge an der Wand, ja. Das ist akzeptabel. Ich glaube, hier geht's nicht durch. Wer hat denn dieses Labyrinth aus Containern hier gebaut? Das erscheint mir logistisch nicht korrekt. Nicht erstrebenswert. So, aber hier gibt's nur die kleinen, ne? Hier gibt's keine großen Rachen hier, wie mir scheint. Keine ausgewachsenen, aber vielleicht kommt das noch in den Nachbaraum. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. So, aber wie komme ich denn da hin? Ja, das nehmen wir mal mit. Wie komme ich denn hier zu diesem gekennzeichneten Ort, also, was heißt gekennzeichnet? Zu diesem Ort, wo noch ein Gegner steht, ist die Frage. Warum habe ich das gerade alles übersehen? Der Wahnsinn. Nein, verdammt! Das war ärgerlich. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut. Ha, ha, ha. Wieder kurz vor Schluss. Sehr schön. Gefällt mir. Ja, am Anfang nicht aufgepasst und wenn man den Moment versaut, dann wird's sehr eng. Gut, hier geht's auch nicht durch. Hm. Sehr merkwürdig. Gleich am Anfang, ah, gleich am Anfang allerdings, der ist halt. Da bin ich nach rechts gezogen. Oh, tatsächlich ein wichtiger Rachni-Soldat. Wahnsinn. So, das war's aber auch für den. Sonst ist hier keiner. Fand ich übrigens auch interessant, die Info, dass die Rachni-Menschen die Brutpflege betreiben, beziehungsweise den Brunschutz. Übrigens speichere ich mal auch wieder zwischendurch. Kann nicht schaden. Oh, das war dumm. Aber bei den Leichten hat man immer so viel Zeit, das ist nicht das Problem. Wo schwere Dechiffrierung? Da sollte ich mal speichern, bevor ich eine schwere... Ähm, ja. Sprengen wir das Ganze auf. Bevor ich eine schwere Dechiffrierung mache, sollte ich es nochmal speichern. Ich glaube, ich hatte vorhin gespeichert. Ach, scheiß drauf. Kriegen wir schon hin. Und wenn nicht... Was soll's? Ach, komm schon. Ernsthaft? Jetzt bin ich zweimal kurz vor Schluss ausgebremst worden. Das ist mies. Immer auf dem letzten bisschen, ne? Das war gemein. Das war echt gemein. Aber gut, ich habe vorher teilweise schon so unverschämtes Glück gehabt. Da musste das wahrscheinlich auch mal sein, dass ich gleich zweimal auf den letzten Meter ausgebremst werde dann von den Dingern. so, diesmal kein Problem. Oh, ich erreiche bald das Gegenstandslimit. Na gut, dann müssen wir demnächst mal wieder bei unserem Ehren im Zweck bei unserem Lieben-Ausstattungshändler vorbeischauen und ein paar Sachen verkaufen gehen. Ist nicht das Problem. Aber wir sehen auch, es gibt ein Limit von Gegenständen, die wir mit uns mitschleppen. Das ist dann jetzt doch bald langsamer erreicht. Können wir durchaus mal machen. Nachdem wir hier fertig sind auf der Raum... Wo, was mach ich denn hier? Nachdem wir auf der Raumstation hier fertig sind, werde ich das mal tun und ein bisschen Zeug verkaufen. Werde ich aber ohne euch machen, denn so spannend ist es ja dann auch nicht. Auf jeden Fall sollten wir danach gut Geld haben, denn durch die ganzen Mineralvorkommen und Schwermetallvorkommen sammeln wir einiges an Geld ein. Ich hab's jetzt noch mal mitgekriegt. Ab dem zweiten Teil ist es dann ein bisschen... Oder im zweiten Teil ist es ein bisschen anders. Da kann man die Normen die aufwerten mit Mineralien und so, die man bekommt, die man findet. Hier im ersten Teil gibt's dafür einfach nur Geld. Ach, hier hinten ist der Ausgang. Ich hab mich schon langsam zu fragen begonnen. Wo's denn hier mal rausgeht? War jetzt doch schon ein bisschen seltsam hier mit dem Wirrwarr mit dem Labyrinth aus Gängen. Wie auch immer man es nennen möchte. Hier in der Ecke ist gar nichts. Ich befürchte, dass gleich, wenn wir wieder rauszugehen versuchen, unglaublich viele Gegner kommen. Kann natürlich auch ein falsches, schlechtes Gefühl sein. Aber ich würde's dem Spiel zutrauen, dass hier jetzt gerade ganz viele Gegner dort rein spawnen. So, jetzt haben wir aber einiges an roten Dingern hier. Oh, das war blöd. Nein, das war blöd. Das war besser. So, bei ihm viel sind wir? Okay, wir sollten langsam wirklich aufpassen mit den Gegenständen. Wir sind gleich voll. Das war nicht das Ding. Drei Stück noch. Wird eng. Oh oh. Oh oh. Und da haben wir die Gegenstände erreicht. Äh, die Gegenständsgrenze. Dann müssen wir mal schauen. Komm, wir machen mal hier auf Universalgele reduzieren. Warum nicht? Können wir mal machen. Bei dem auch. Das ging dann jetzt doch schneller, als ich gedacht hätte. Oh, ich wollte bloß gerade mal drücken, weil ich meinen Cursor gesehen habe. Und nicht um die Waffe rauszuholen. So, schnell hier rüber, schnell hier vor. Und da haben wir wieder das Problem. Ich glaube, die nehme ich mal mit. Kann ich gar nichts mehr mitnehmen? Büsst du mich verarschen? Ich hatte da auch noch... Ah, nee, jetzt geht alles neben. Okay. Ich möchte nämlich Gareth diese Rüstung anlegen, höchstwahrscheinlich. Denn die wird sicherlich besser sein, als das, was er... Vielleicht auch nicht. Gut, das finde ich jetzt erstaunlich. Gut, vielleicht auch nicht. Ähm, auf jeden Fall sollte ich jetzt mal gerade sowas hier zu Universalgel verarbeiten. Die ganzen kleinen Kram. Alles, was so unter 5 ist. Moment, geh noch mal rein. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Hier, dann unter 5. Wieder rein. Ich wollte eigentlich hier hin. Achso, ich Idiot, habe auch gerade eben die Dingens weggenommen, ne? Na gut. Macht aber nichts. Die können wir auch mal zu Universalgel verarbeiten. und geben ihm dann einfach was Neues. Zum Beispiel, wie wäre es denn mit Protonenladung, Schildumgehung. Ah, geht der Schaden runter, finde ich nicht so geil. Shredder, Shredder ist immer gut. Shredder rein. Und hier könnten wir ihm mal plus Schaden. Finde ich gut, finde ich gut. Waffenverlängerung rein. Gut, und bei den Waffen schauen wir jetzt mal ganz kurz, ob wir hier noch welche haben. Die, achso, ich muss natürlich nach unten gehen. Genau, sowas hier können wir auch noch zu Universalgel verarbeiten. Die auf den niedrigen Stufen. Das geht schön zu verarbeiten. Okay, haben wir hier noch? Ne, haben wir nicht. Aber hier, das können wir auf jeden Fall noch verarbeiten. Und hier haben wir doch bestimmt auch, genau, die Leicht-Soriana-Rüstung, die hatten wir noch übrig. Auch sowas hier können wir verarbeiten. und sowas hier. Und dann würde ich sagen, ah, wieder genug Platz, falls hier jetzt noch ein paar Gegenstände kommen, dass wir die auch noch mit einsammeln können. Ist mir recht. Wir schauen aber erstmal hier vorne rein. Und hier im Cockpit gibt es genau nichts in Ordnung. Dann dürfen wir wohl gespannt sein, was uns jetzt hier erwartet. Speichern und reingeschaut. Wieder bloß ein Lock. Na gut, von mir aus. Persönlicher Datenrekorder für Major Elena Flores. Ersten Eintrag abspielen. Sigma 23 ist fast vollständig funktionsfähig. Die Baracken und Lager sind komplett und wir haben begonnen, die Munition einzulagern. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Allianz im Nebel patrouilliert. Die einzige Gefahr werden wohl die Piraten sein. Und wer würde denen glauben? Offenbar haben wir Platz für zwei verstärkte Schwadronen-Zerberus-Soldaten. Oh ja, und die werden wir im zweiten Teil vor allem noch kennenlernen. Und im dritten auch. Zweiten Eintrag abspielen. Das Paket für den Feldtest ist heute angekommen. Mir wurde gesagt, dass sie den Einheiten sehr ähneln, die auf Noveria entwickelt werden. Sie haben versprochen, dass diese stabil sind. Angeblich, weil sie in der Nähe der Hauptkontrolleinheit produziert wurden. Wir haben herausgefunden, dass einige Piraten einen Schlupfwinkel im benachbarten System haben. Wir werden sie dort wohl zum ersten Mal einsetzen. Den letzten Eintrag abspielen. Sie sind der Eindämmung entkommen, diese cleveren Bastarde. Wir haben sie wie Tiere behandelt, hätten sie aber eher als Kriegsgefangene ansehen sollen. Sie breiten sich aus, besteigen die Versorgungsschiffe und schicken sie an beliebige Ziele. In einer Woche werden sie sich im ganzen Cluster verteilt haben. General, wenn sie diese Nachricht empfangen, habe ich nur einen Rat für sie. Verzichten sie auf die Rachni. Sie sind zu clever. Nutzen sie eins der anderen Projekte. Floris, Ende. Zum letzten Mal. Ein Rachni-Experiment, das schiefläuft. Mal wieder. Gehen wir. Gut, haben wir das auch geklärt. Es ist nicht die Königin, die wir freigelassen haben, die hier die Rachni überall in die Welt gesetzt hat, sondern das sind weitere Rachni-Experimente, die schiefgegangen sind. Die entkommenen Rachni kamen sicherlich aus dieser Station, aber die Motive dieser Cerberus-Gruppe bleiben unklar. Um eine weitere Kontamination zu verhindern, müssen sie die Extinktions-Sprengladungen der Station aktivieren und sich auf die Normandie zurückziehen. Gut, laden wir die Locks herunter und jetzt sollten wir uns schnell rausverpissen. Ich glaube, oh ja, oh ja, oh ja, wir haben Gegner zu Besuch und jetzt können wir nicht mehr schnell speichern. Nicht die Tür zumachen, du sollst sie öffnen. Okay. Oha, das wird lustig. Gut, jetzt sollten wir nur zusehen, dass wir hier irgendwie die Orientierung behalten in diesem verfluchten Labyrinth. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo es lang ging hier. Ja, Tali hat es erwischt, das kann ich jetzt gerade nicht verhindern. Die muss jetzt einfach mal zurückbleiben. Ich will jetzt gar nicht so lange trödeln hier. Gut, aber wir haben den Ausgang schneller gefunden, als jetzt unbedingt nötig gewesen wäre. Das ist schön. Haben wir am Ende noch 20 Sekunden über, das freut mich. Wir sind der Station entkommen. Man hätte ja auch den Timer ein bisschen anders setzen können, aber hey, was soll's. Zurück zur Normandy.